Ehepartner wird benötigt Was geht ab meine Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu Dark Souls 3 Wir sind immer noch in dem sauschweren Gebiet hier Was ist das da? Da ist ähm Vielleicht beweist der Eintracht Wir haben blassen uns was das ist Aber gucken wir uns gleich mal an Wir sind jetzt hier in der Kirche von Joschka 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 Da haben wir was Hier Da Kirche von Joschka Immer noch Irritildorf Was äh Ein bisschen nervig ist dieses Dorf So was ist das? Beweist dass ein blauer Wächter einen dunklen Geist besiegt hat Blutverschmiertes Schrumpfohr Alter Andenken von besiegten Schuldigen Wer die Götter verhöhnt den Strafen die finster Mondklingen Sie nehmen besiegten Sie nehmen besiegten die Ohren als Beweis ihres Triumphs Triumphs Die ohrlosen Leichen bleiben zurück als Mahnung Die Götter zu fürchten und zu achten Dies ist der ewige Wille der Finstersonne Alles klar Bro Also das ist einfach nur auch wieder von so einem Eid Ich gehe erst hier unten Wir gehen erst links rum Ich glaube dann sind wir nämlich da unten in dem Gang Wo auch der komische Düse rumgekreischt hat Steht hier Sind los voraus Verzeichnis der Ritter Durchlesen Verzeichnis der Ritter Was ist das? Finstermondritter überprüfen Online Objekt Achso eine Liste der Finstermondritter Die seit den Tagen der alten Königsfamilie dienten Verwenden um den Namen von Finstermondritter zu entdecken Einen in Schatten gehüllten Orden aus Glitterrittern Okay Jetzt online halt Online habe ich nichts mehr davon Erstmal Vielleicht machen wir irgendwann mal Wenn wir durch sind online Nur eventuell Mal da vorne lieg ich den Sollte er gerade irgendwo Ach Das war Achso der ist jetzt gespawnt Ich habe nur den in seiner Augen gesehen Hey Da ist doch einer Der ist unsichtbar Jaja Du Mistmannade du 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 Böser Schlingel du Ich finde eine Seele Ich habe dir seine Schritte gehört Platz voraus Aber Vorsicht vor dem Monster Monster? Monster? Da Eine Muddi oder so Ich finde eine Seele Schütter Dahinter Oh no Oh no Okay hab dich Ohohoh mit dem letzten Funken von meinem Dings Gehen in Heimatknochen Oh yes Baby Einen untoten Knochensplitter Geil Baby Geil Oh man das mag ich Ihr könnt euch gerade nicht vorstellen Wie geil sich dieses Ding anfühlt Okay hier unten ist dann halt nur der Shortcut Den will ich immer frei haben Achso hier war aber direkt König glaube Also wieder so ein Dude oder? Ist ein Hund Was sind 200? Ich kann ihn nicht blocken Ich kann ihn nicht blocken Oha Warum kann ich die nicht blocken? Weg mit dir Weg mit dir Warum konnte ich die jetzt nicht blocken? Das ist doch einer Alter Mann Weg mich am Sack ey Was die Goldmünze alter Für so eine Scheiße mache ich sowas hier Wurfmacheten Wurfmacheten Alles klar Ich kann mit Macheten werfen Korrekt Gefällt mir Macheten zu werfen Wollte ich schlimmer machen Wie kann man da eine Nachricht Ich kann nicht springen Weil ich dumm bin Leid Wie kann man denn da oben eine Nachricht Wie kann man denn da oben eine Nachricht Leid verfacke Mist Mann Mann ey Hat er mich erschreckt ey Wackel wird benötigt Da wäre ein bisschen Licht Da sind voll viele Gegner Vielleicht hab ich gedacht Hier ist der Shortcut Geht aber nicht so aus Dann ist die Leiter Und dann kommt man da hinten zu der Kiste auch Ich versuche jetzt einfach ohne Bockel Und ich seh die Gegner Ja Die können kriechen Aber Bin ich halb tot Also ich finde Zwei Schlacht Äh äh Ein Schlacht Ich kann den Äh Äh Alter Wolltest du mich gerade anspucken Jeder mit dir Äh Eklig Der wollte mich einfach so anspucken Ja Es ist gut Ob man die Äh Die 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 Augen Die Augen Sieht Ich würde sagen Der hat mich jetzt erschrocken Jetzt schwitze ich schon wieder Was tot Aber Käferkügelchen Damit kann man sie auch noch nicht Ich Ich frage mich warum die unsichtbar sind Aber Wie können die das nur tun Ja Nein Was den scheiß mit dem Messer Okay Die ist aber wieder getroffen Da ist noch einer Ach der ist doch voll weg Na klar Aber der trifft mich Weiß nicht mit seinem kleinen Taschenmesser da Alter Wusste Okay Manche können doch komplett verschwinden Klar Der tötet mich natürlich Alter Also das spiel will mich heute wirklich hart ärgern Art ärgern Art Ergert mich richtig krass heute Na ja gut Und wir könnten auch den untoten Knochen später Jetzt mal eben noch verbrennen Aber Ich will jetzt erst gucken Was da unten In der Truhe ist Ich will hoffen keine Mimik Guck mal da Da stand der Typ Das war ein Misssack ey Ich denke die Hunde werde ich jetzt so noch nicht getriggert haben Die Typen haben mich gerade ein paar Mal zu oft getroffen Alter Ja weil da der zweite Schlacht den kann ich nicht durch Den treffe ich irgendwie nicht Weil die dann irgendwie so getriggert sind oder so Also so so Wow Und dann kommen die da angesprungen Angerannt Warum dreht sich die Kamera jetzt so weg? Was soll der Scheiß? Mein Gott Was? Jetzt kann da auch noch einer zaubern oder was? Was ist mit euch? Einmal kann da einer zaubern Mein Gott Das ist ein schissens Gebiet The fuck der hab ich fast getroffen weit weg Ach komm Oh man Oh man Und dann haut der in die andere Richtung ey Ein paar Stück gehen mir glaube ich immer wieder so Links zurück So Estos Oh 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 Ich muss mich auf jeden Fall ein bisschen von dem Missfern halten Okay der war schon ziemlich klasse Ich geh jetzt erst nach oben Der Pister mich nicht wieder angreift da wenn ich da auf die Also dass der mich nicht wieder von oben anspringen kann Das ist aber echt finster Ist wieder hell Ich denke ich kann jetzt eben zu dem Item geben Ja Hier Banancierne hatte ich früher eine 1 Haha ich hab in die Schule aufgepasst Und dann finde ich dann Bleich Bleich Steine alter Was ist das für kack Kann ich runterspringen aber Warte was ich davon hätte Passen wir also erstmal Ja Ja das ist auf jeden Fall eine Mimic Alles klar Ach komm ey Muss ich jetzt so tief fallen Wow ey Also heute Wie ihr gesehen habt Oder wie ihr merkt Na ja heute Fuck das Spiel richtig ab Das will mir heute Nichts gönnen Jeder Fehltritt wird wirklich komplett bis aufs Übelste bestraft Da krieg ich ja äh weiß ich nicht bei ne Jetzt Okay ist doch keine Mimic Yay Ich hab mal ne Kiste gefunden wo kein Mimic ist Joschkas Speer Okay das ist bestimmt der Speer Den der komische Ritter da auch hat Okay pass auf Ich will jetzt erstmal nach vorne runter springen Mal gucken wo ich da hin komme Mal gucken wo ich da hin komme Und dann ähm Schauen wir uns den anderen linken Weg an Die andere Tür da unten links Die andere Tür da unten links Okay da ist nichts Ist auch nichts Kann ich dann hier runter springen Hier läuft Hier läuft Hier läuft Hey was ist das Also ein fettes Zwiebel Da runter gesprungen Ja warum soll ich da runter springen wenn es hier eine Treppe gibt Komm Dann benutzt man nicht einfach die Treppe Da kommt schon wieder einer losge- äh auf mich zu gerannt Da da unten ist er Ach komm ey Hast du Treppen mit dem Spiel Treppen und Leitern ne Ich weiß nicht Treppen kann man irgendwie anscheinend nicht richtig kochen oder so Das ist halt dumm Du brauchst halt immer nur horizontal genau horizontal Und der Gegner unter dir steht bis zu halt trotzdem dumm Wollte du den nicht triffst Einbarer wand voraus So das Ah Oh Oh Jawoll Aber er ledigt aber nur Funke titanien Ich brauch doch die Auch das nächste Und was geht Warum Was greicht dir Ja Ja natürlich Kannst du mich mit deinem Taschenmesser dann noch einen Meter weiter treffen Du Pisser Und jetzt triffst du mich natürlich noch Ah Treff mich auch noch Eine Fresse noch rum Also die kleinsten schluffy Gegner ne Die treffen mich immer weißt du Und die große alter den kann ich teilweise ausweichen weißt du Oh 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 loads Ey 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 entspann dich halt Alter Und dann komm stelle ich dann Beut die strechen ich jetzt denn jedes mehr Aua Auf zu Schreie hier Ich hol mal nur Ruhe Blutiger Edelstein Alles klar Bro. Ok, hier kann ich jetzt noch weiter runter. Äh, was ist das? Ah. Das sieht eklig aus. Aber auch gefährlich. Ich kann aber camp lassen, warum ich hier und unten so umrennen sollte. Könnte aber auch hier schon wieder so ne Boss Arena sein, ne? Aber natürlich ist man hier auch langsam. Okay. Was ist das? Das ist doch auch so ne Ding, oder? Ok, ich kann es nicht verletzen. Wahrscheinlich steht das Zeug gleich auf. Kann ich auch nicht verletzen. Der letzte, das steht dann gleich auf. Ja. Bäh, 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 bäh. Alter, widerlich. Wie so ein Headcrap. Ok. Eine Opferung. Also von... Früher? Oder nicht? Hier von früher von Half-Life. Hä? Half-Life? Ganz alt. Der Construct-Apleger oder Vorgänger. Ich weiß nicht, ob das hier sind halt ne Boss Arena sein, ne? Hier eine große Sehne. Hier ist ja auch einer gestorben worden. Und da vorne war gerade ein Blutflag. Aber warum stirbt man hier, wenn hier nicht ist? Oder das ist halt ein PvP-Bullflag. BÄ 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 . Töte es! Bevor es sich vermehrt. Ekelich, Alter. Die sind viele, ne? Ist ja richtig widerlich. das hat sich auch gut dass wir alle mit einer kombo lahm zu legen sind wieder so ein diakon große heilung wollen wir machen im ganzen finde ich das gebiet ganz schön weitläufig hier ist nix mehr gut und wir laufen mal hier ran wer ist hier in die nische ist nix noch nix das ist wieder eine kirche eine blüte und ich da reingehen das ist nicht erst mal hier die alten sagen sagen und nur da in die tür und dann mal rein rote brülle blüte jungs das ist aber also für den bau werden die so das feuer okay aber für den bau werden die so niemals den baugenehmigungen bekommen haben das ist 100 pro illegal gemacht werden das ist ein feuer würde aber auch bedeuten wir sind auf dem richtigen weg da bin ich ja eigentlich immer genau vermeiden das sind die für nachrichten dunkler ort ach so ein dunkler ort was du nicht sagst heißt also wir gehen erst zurück ihr könnt halt immer nur wird versteckt sein aber glaube ich auch wir gehen mal jetzt hier unten rechts rein weil da könnt ihr jetzt theoretisch keltfeuer steht denn da auf der nachricht leuchtfeuer voraus ok habe ich gefunden danke man so einmal hier in die kanalisation weil eigentlich hatte ich hier den shortcut vermutet und ich mache ein zweites feuer nur hier läuft das ist so eine krabbe wirklich die kommt die kommt die kommt die kommt die kommen die kommen die kommen aber die eine kann kotzen okay minimal geht es sollte mich nur nicht greifen lassen aber okay tut ja also greifen lassen sollte man sich nicht das ist nicht gut gut war jetzt dass wir erst zum feier gegangen sind und dann hier rein ärgerlich werde jetzt gewinnen wenn anders umgewinne weil der weh feiert doch schon verdammt lang so also ich habe direkt getriggert ist natürlich schlecht aber jetzt bin ich eigentlich immer ganz gut gefahren wenn ich mich sofort angegriffen ist der zweite hinter mir natürlich hinter mir ist noch eins der kann mich hinter sich auch angreifen ok hab sie ja alles klar ja auch ein kübelchen äh küchen lang bbbbbb ja fag was ich quartier mir habe ich jetzt vorher noch angeboten bevor ich den boxen konnte wahrscheinlich noch was ihn auf tree da liegt auch noch 1 du viel so ekelhaft mit dem viecher design alte recht eine zack drauf die kamera alter warum ist die kamera jetzt schon wieder so nach oben geflitzt ich verstehe manchmal nicht mehr aber das verdienst du nicht verdiene ich nicht was verdiene ich nicht im tod oder was ja wir gehen wieder nach oben und excrement bedeckte asche ist ekelhaft einer folge schissene asche haben wir bekommen was das denn ist ja widerlich muss das stück scheiße oder ein schlüssel widerlich das ist ein schlüssel ermöglicht erwerbt neue gegenstände bei schreiendienerinnen möglicherweise christian wahrscheinlich dann eh nur ekelige pilze oder so freund voraus ach scheiße ich habe gedacht aber ich wieder verpeilt ich habe gedacht ich fühle meine meine tränke damit auf einfach mal halbiger davon nur was hier? Leuchtweuerfahrung das ist ein finsternes kannst du nix machen rum Ehepartner wird benötigt Geil alter Ah der tut immer gut Ehepartner wird benötigt Sieht nach nem bösen Ritter aus Vorsicht von hinten Vorsicht von oberhalb Miese Falle hier Also ich muss von hinten aufpassen und von oben What the fuck Wo hat er denn? Boah ich kann ja voll den fetten Move alter Ey der sieht aber übel aus Ok ich versuche den mal zu töten jetzt Ich bin vielleicht von hinten drückt Backstab Natürlich nicht Ah der Der mieses What the fuck Ich hab nen Sperre in mir drin Der Blitzschwert alter Der hat aber den Sperre Ich bin Sperre Alter jetzt hab ich mal die special Fähigkeit von dem Schwert überhaupt mal rausgefunden Ach kacke ich hab gedacht Ah im Hüttkrieg ich durch Da stehen sein Schwert weghauen Äh ärgerlich ich hab gedacht der Typ springt dann nur runter Aber der hat ja auch äh 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 Was geworfen Ach guck mal wir sind auch bei 25 Minuten Leute wir machen jetzt hier mal eben kurz nen Cut Ich muss da eh wieder hinlaufen Und dann sehen wir uns dann da vor Da hatten wir ja ein bisschen Ruhe Leute ich bedanke mich auf jeden Fall fürs zuschauen Bis zum nächsten Mal Und rein